Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin es wieder, euer Alex und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Falls du auf dem Marktplatz Amazon verkaufen möchtest, dann musst du dich natürlich an bestimmte Richtlinien von Amazon halten. Aktuell fordert Amazon gewisse Nachweise und Registrierungsnummern für bestimmte Produkte und Produktkategorien ein. Es geht um die erweiterte Herstellerverantwortung, wo wir gewisse Nachweise erbringen müssen. In diesem Video erfährst du, ob auch du von dieser Regel betroffen bist, welche Nachweise du an Amazon erbringen musst, um nicht für bestimmte Produkte und Produktkategorien deaktiviert zu werden oder gar sogar gesperrt zu werden. Schau dir dieses Video unbedingt bis zum Schluss an, um hier auf der sicheren Seite zu bleiben. Viel Spaß bei diesem Video. Ja Freunde, dann lass uns mal einen Blick drauf werfen, worum handelt es sich hier denn überhaupt bei der erweiterten Herstellerverantwortung, die Amazon von uns haben möchte. Und ich weiß, es ist lästig, immer wieder irgendwelche Nachweise zu erbringen und immer irgendwelche Registrierungen vorzunehmen und vieles mehr. Aber ich kann euch eins sagen, das kommt nicht von den Marktplätzen, sondern tatsächlich von übergeordneten Stellen, die diese Gesetze wie das Verpackungsgesetz, aber auch das Elektrogesetz, was jetzt neu dazugekommen ist, befolgen. Und hier die Marktplätze natürlich in die Pflicht nehmen und die Marktplätze geben es einfach an ihre Verkäufer weiter und sagen hier, wenn du die Nachweispflicht nicht erbringst, darfst du die Kategorie oder das Produkt nicht verkaufen. Ganz einfach. Und falls du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren solche Themen wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und Ebay, aber auch alles um den Onlinehandel herum, aber natürlich auch die Selbstständigkeit, dann abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Ich gebe hier regelmäßig Mehrwertes an die Hand und gebe dem Video jetzt schon mal einen Daumen hoch. Das motiviert mich für viele weitere Videos und wir können hier als Community wachsen. Ich habe hier eine Mail bekommen von Amazon, die du sicherlich auch bekommen hast. Mitte letzten Jahres 2022 wurden die ersten Mails versendet. Und hier hat Amazon gebeten, übermitteln sie bitte ihre WEE-Registrierungsnummer an uns, um hier weiterhin Produkte anbieten zu dürfen und verkaufen zu dürfen. Und ich habe auch erst mal gedacht, was wollen die schon wieder? Bis zum 1. Januar 2023 musste man sich hier schon gekümmert haben. Falls du es noch nicht getan hast, ich kann dir sagen und beruhigen, es ist noch nicht so spät. Wir haben hier einen neuen Stichtag bekommen, weil das Ganze so ein Aufwand war, wurde das Ganze verschoben. Ich sage dir gleich, bis zu welchem Datum. Lass dir aber auch nicht zu viel Zeit, denn die Beauftragung und Beantragung dieser Registrierungsnummern kann bis zu 10 Wochen dauern. Dementsprechend solltest du dich hier zeitnah darum kümmern. Und ich versuche dir jetzt anhand meiner Präsentation, die ich hier vorbereitet habe, Schritt für Schritt zu erklären, ob du von dieser Regel betroffen bist, wo genau du Informationen herbekommen kannst und wie du genau diese Nummern an Amazon übermitteln kannst. Was ist die erweiterte Herstellerverantwortung? Im Grunde genommen, wenn wir als Hersteller oder Verkäufer Waren hier in Deutschland, aber auch in Frankreich, wie ihr seht, hier was Amazon anfordert, verkaufen, müssen wir uns um gewisse Verantwortungen kümmern. Und zwar, wenn wir zum Beispiel Elektrogeräte oder Verpackungen in den Verkehr bringen, müssen wir uns für die Entsorgung und das Recycling darum kümmern. Und hier sind wir dementsprechend als Hersteller und Verkäufer in die Pflicht genommen, um hier uns daran zu beteiligen, auch mit Geld zu beteiligen, um dieses Ganze auch zu finanzieren zu können. Und welche Nummern betrifft es hier? Es betrifft die Lucid-Registrierungsnummer fürs Verpackungsgesetz. Das, was jetzt schon letztes Jahr oder vorletztes Jahr in Kraft getreten ist, wo wir eine Nachweispflicht hatten. Falls du dich da noch nicht drum gekümmert hast und du bist gerade erst neu auf dem Marktplatz Amazon, dann kümmere dich unbedingt darüber. Ich habe darüber schon mehrere Videos gemacht, findest du unten in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung, sowie auch alle anderen Links und Informationen, die ich hier gleich in diesem Video zeige. Um überhaupt bei dem Marktplatz verkaufen zu dürfen, brauchst du diese Registrierungsnummer, sonst würde dich Amazon sehr schnell sperren und du kannst dann gar nicht mehr weiterverkaufen. Was neu jetzt dazu gekommen ist, ist diese WEEE-Registrierungsnummer, die wir an Amazon übermitteln müssen. Und hier seht ihr schon, es hat was mit dem Elektrogesetz zu tun. Und der neue Stichtag, wie ich schon gesagt habe, ist der 1. Juli 2023. Lass dir, wie gesagt, nicht zu lange Zeit. Zehn Wochen maximal ist hier die Beantragungszeit dieser Registrierungsnummer. Dementsprechend kümmer dich darum. Und wir müssen uns die Frage stellen, sind wir denn überhaupt von dieser Regel betroffen oder nicht? Und das kannst du dir in drei Fragen beantworten. Und du siehst es hier. Erstens, sieht dich das Gesetz als Hersteller an? Und Hersteller ist nicht nur der, der es vielleicht in Fernost produziert, sondern auch der Verkäufer, der Importeur und sogar der Vermieter. Also, falls du da irgendwo drin reinfällst und das mit Ja beantworten kannst, dann bist du schon betroffen. Ist das Produkt ein Elektrogerät? Ja, alles, was elektrisch ist, auch Batterie, Akkubetrieben oder Solarbetrieben, überall, wo irgendwo was mit Kabeln zu tun hat, also das kannst du dir eigentlich gut vorstellen, wo irgendwas Elektrisches ist, ist ein Produkt, was davon betroffen ist und dementsprechend auch hier einer Nachweispflicht bedarf. Handelt es sich um ein erstmaliges Inverkehrbringen in Deutschland? Wenn ja, dann natürlich auch betrifft dich das. Wenn nein, dann musst du dich natürlich darum kümmern und bei deinem Lieferanten diese WEEE-Registrierungsnummer beantragen beziehungsweise einfach nur von ihm anfordern. Er schickt sie dir rüber und du kannst sie ganz einfach an Amazon übermitteln. So, und wenn du das, irgendwelche Produkte davon verkaufst, dann musst du natürlich hier tätig werden. Und ich habe hier einen Link, wo du auch nachschauen kannst, ob dein Produkt bereits registriert wurde oder nicht. Findest du auch unten in der Videobeschreibung. Dieses Verzeichnis von dem EAR-Portal kann hier alle registrierten Produkte, die bereits auf dem deutschen Markt eingeführt worden sind und natürlich auch richtig registriert worden sind, beinhaltet es alle Nummern. Und hier kannst du zum Beispiel nach der Marke Apple suchen. Du musst nicht alles ausfüllen. Versuche es so gut wie möglich auszufüllen. Und dann kannst du nach deinem Produkt suchen. Und wir können schon sehen hier, verschiedene Apple-Produkte sind schon registriert. Und natürlich hier die WEE-Registrierungsnummer haben wir hier direkt schon parat, die wir an Amazon übersenden können. Das bedeutet, du musst dich nirgendwo registrieren, wenn du einfach Produkte von Lieferanten bekommst, die bereits registriert sind. So, du musst dir einfach nur die WEE-Registrierungsnummer anfordern von denen und dann an Amazon übermitteln, um hier nicht für die Produkte gesperrt zu werden. So, gehen wir mal weiter. Und zwar, woran erkenne ich, ob ein Produkt noch registriert wurde oder nicht? Also wir haben ja das Verzeichnis, wo wir nachgucken können. Aber auch von der Verpackung kann das schon ersichtlich sein. Wenn es vielleicht auf der Verpackung steht, guck es dir genau an, bei der Beschreibung hinten und so weiter, kann diese WEE-Registrierungsnummer schon stehen. Dann bei dem Lieferanten auf der Rechnung kann sie auch stehen. Aber auch von dem Hersteller auf der Website, im Impressum oder auf irgendwelcher Infoseite kann diese Registrierungsnummer stehen. Falls du sie nirgendwo findest, auch nicht im Verzeichnet, dann schreib einfach deinen Lieferanten an und deinen Hersteller und dann sollte er dir diese Nummer mitteilen. Falls er diese Nummer nicht mitteilen kann, dann hat er sich in dem Falle strafbar gemacht und du solltest dir überlegen, ob du weiterhin bei dem Produkte beziehst oder nicht. Gucken wir mal weiter. Wie registriere ich ein Produkt? Falls du jetzt selber Produkte in Fernost, in China oder woanders produzierst, dann bist du natürlich sowieso betroffen. Und wenn die was mit elektronischen Geräten oder Komponenten zu tun haben, dann musst du natürlich selber ein Produkt registrieren. Und hier musst du dich, bevor du überhaupt das Produkt anbietest oder produzierst, schon vorab informieren, muss ich mein Produkt überhaupt hier registrieren oder nicht. Und falls ja, dann musst du dich hier auf der EAR-Systemseite, und zwar im EAR-Portal, registrieren als Hersteller. Dann klickst du hier einfach auf das Hersteller-Button und Anmelden. Hier hast du die Auswahl, dass du dich für das Elektrogesetz registrierst oder auch natürlich für das Batteriegesetz, was zwei verschiedene Gesetze sind. Du kannst erst mal Elektrogesetz auswählen und später kannst du dich noch für das Batteriegesetz in deinem Account zusätzlich registrieren. Ganz einfacher Vorgang hier, alles ausfüllen, registrieren, Hauptansprechpartner auswählen und so weiter. Also sehr simpel aufgebaut im Grunde genommen. Wenn du dich dann registriert hast, musst du natürlich eine Systembeteiligung wählen, wie auch bei dem Verpackungsgesetz, falls du es schon gemacht hast, musst du hier dann eine Systembeteiligung machen. Und da musst du dann mit einem gewissen Partner zusammenarbeiten und dementsprechend hier dich um das Recyceln und die Förderung beziehungsweise Beteiligung daran kümmern. Als nächster Punkt ist, wie kann ich denn die WEE-Registrierungsnummer an Amazon übermitteln, falls du die bekommen hast. Und das ist ganz einfach. Hier über diesen Link, den du auch unten in der Videobeschreibung findest, kommst du hier auf die Amazon-Seite, wo du dann direkt hier deine Nummern und Registrierungsnummern eintragen kannst. Und du siehst es hier, deine Lucid-Nummer muss hier eingetragen werden. Das ist dann für die Verpackungsverordnung oder Verpackungsgesetz in dem Falle. Und hier die erweiterte Herstellerverantwortung mit den WEE-Registrierungsnummern. Kannst du hier deine Kategorie auswählen und dann, falls deine Kategorie nicht da ist, dann kannst du hier in diesem Text schon mal rauslesen, dass hier Amazon sich weiter kümmert um neue Kategorien und immer wieder neue Kategorien hinzufügen wird. Deswegen sollte man hier mindestens einmal pro Monat draufschauen, ob deine Kategorie denn wirklich hier drin ist. Falls nicht, kannst du Amazon direkt über den Kundenservice kontaktieren und alle Nummern, die zu deinen Produkten und zu deinen Produktkategorien nachweispflichtig sind und diese betreffen, an Amazon übermitteln. Und dann hast du alles fertig gemacht. Falls du auf dem Amazon-Kanal Frankreich das Ganze auch noch machst, dann solltest du das natürlich auch für Frankreich alles umsetzen und die jeweiligen Nummern und Registrierungsnummern mitteilen. Das war's. Also, wie du siehst, ist das eigentlich sehr, sehr simpel aufgebaut und gar nichts Schwieriges. Deshalb setzt das auf jeden Fall Zeit nahm um, um hier bei Amazon weiterhin verkaufen zu dürfen. Und falls du jetzt noch zu diesem Thema weitere Fragen hast, nutze gerne die Kommentarfunktion. Ich werde dir so schnell wie möglich helfen. Ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Falls noch nicht geschehen, gerne Daumen hoch, abonniere diesen Kanal, drücke auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen und freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Alles Gute, ciao.